Wunderbar. Dammit, du bist ja wirklich gross. Darf ich dir sagen? Ja, klar. Hast du High Heels an oder wie? Ja, logischerweise, ja. Aber kurz eine andere Frage. Heute Abend. Wer ist der Nummer 1 Catch, den man hier machen kann, zum Abschleppen an den Swiss Music Awards? Wow, der Blick jetzt da. Also ehrlich, ich glaube, ich schleppe meinen Freunden Gökke ab heute Abend. Du musst jetzt auch nicht nur von dir ausreden, sondern allgemein. Ja, ich weiss natürlich nicht, ob man die noch hier auf der Party sieht. Aber fantastische Vier sind doch ein Show-Act und finde ich schon recht cool. Wirklich? Ja. Okay, also. Das wären wir als erstes. Zweite. Du bist in der Bar, neben dir ist Melanie Minigo. Wer könnte? Ich würde sagen, wir geben zusammen ein recht gutes Team-Up. Das ist wohl eine Ansage, schon ein bisschen. So bei den Steinen, die es heute Abend verteilt hat, mir kommt dann immer so ein bisschen 1. Mai in, irgendwie. Wem würdest du so eine ins Schaufenster rühren? Ja, also ich neige eigentlich generell nicht so zu Gewalt. Wenn es niemand rausfinden würde. Ja, ist halt schwierig. Also was irgendjemand Persönliches oder was? Nein, ich habe gar keine Wut auf jemanden. Ach komm jetzt! Du bist so Everybody's Darling jetzt, das nehme ich dir nicht ganz ab. Ja, vielleicht ab und zu am Gökke. Es gibt sicher Situationen, in denen ich ihn am Gökke fester rühren würde. Also einen Blick haben, jetzt gerade mir am liebsten wahrscheinlich. Ja. Also ist gut, ich bemühe dich nicht mehr weiter. Danke. Danke.